Einen wunderschönen Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Vampire. Die letzte Folge fand ich sehr verstörend, also weil mir tat hier, oder nicht nur tat, mir tut die Tochter hier leid, die hier unten ihr Wesen, nicht ihr Unwesen, ihr Wesen treibt und die von der Mutter absichtlich verletzt wird, warte mal, die kommt gerade hoch, absichtlich verletzt wird, wahrscheinlich damit sie einfach bleibt. So, da kommt sie, dann können wir mit ihr gleich sprechen, hoffentlich. So. Deine Mutter sieht dich nicht als Menschen, deine Mutter ist sehr krank, deine Mutter wird dich töten. Oh. Oh. Okay. Aber wir haben alles entdeckt, was wir entdecken können. Aber das tut mir so leid. Aber ich hoffe mal, es passiert nichts. Oder aber man kommt später hier nochmal hin, weil etwas passiert. Lassen wir uns mal die Karte gucken. Wir können hier gerade, wir gehen jetzt erstmal hier hoch. Hier scheint nochmal eine Kathedrale zu sein. Wer bist du? Ach da, Scotland Yard, oh da. Wer bist du denn? Eine neue Person. Guten Tag. Zu spät. Ist der Bruder der hier drüben oder was? Kann ich mich fragen, was du außerhalb dieser Stunde in der Nacht machst? Ich weiß nicht. Du solltest meinen Bruder erst fragen. Das war seine Idee im ersten Platz. Du musst deine eigenen Ideen haben. Von dem, was ich habe geschafft, zu verstehen, glaube ich, wir müssen hier warten. Warten, um jemanden zu kommen. Was ist das für eine Type? Agamemnon und Pericles Baker warten auf irgendetwas oder irgendjemanden, damit sie die Stadt verlassen können. Okay. Was kannst du mir erzählen, um diese Stadt zu erzählen? Es ist der einzige Ort, in der ich mich glücklich fühle. Oder zumindest das ist das, was ich glaube. Ich glaube, es ist der Zeit, um zu verlassen. Warum ist das? Weil ich nicht mehr so glücklich fühle. Du bist? Oh. Oh. Was ist das? Was soll ich genau sagen? Die Wahrheit. Und ich glaube, dass du es gerade gemacht hast, eigentlich. Kann ich mich fragen, warum du schon nicht verlassen hast, wenn du so über diese lange Zeit bist? Ich glaube, dass Angst uns zurückgebracht hat. Mein Bruder hätte gesagt, dass es eine Läzigkeit ist. Aber es ist nur weil er stolter als ich bin. Was kannst du mir erzählen über dein Bruder erzählen? Er ist älter als ich. Ich denke. Aber das wichtigste ist, dass ich wirklich hoffe, dass ich vor ihm sterbe. Grief würde mich einfach töten. Du weißt? Ist das alles? Pericles ist sehr verabschiedet zu dieser Stadt. Und ohne meine Insistenz, er würde nie dieses Ort verlassen. Wir haben nicht oft auf nichts agree. Du siehst? Ich werde das nicht schlau irgendwie. Wer wartet genau? Je mehr ich denke, desto mehr ich glaube, dass es nicht genau eine Person, die wir wartet haben. Aber was anderes könnte es dann sein? Ich weiß nicht. Ein Gefühl? Ein Event? Ein Impuls? Wie kann ich das sagen? Was, das würde uns diese Läzigkeit verlassen? Ich bin Angst, dass ich dich nicht folge. Welchen Läzigkeit bist du? Hast du nie erlebt, dass Leben dich in einem Rol, der dich nicht befindet? Ja. Dass du nicht in deinem Platz bist? Das ist ein Läziges. Der ist seltsam. Trapp? Und du denkst, dass wir uns in London verlassen werden? Zumindest wird es uns die Chance, frei zu sein. Das ist mehr als unsere heutige Situation. Hoffnung, Doktor. Hoffnung ist das, was wirklich Menschen betrifft. Goodbye for now, Mr. Baker. So. Hallo, Bruder. Hallo, Bruder. Was ist mit den Augen los? Dr. Reed? Ist da irgendwas falsch? Nein, es ist nur... Dein Name klingt familiar. Und dein Gesicht? Haben wir uns vorher kennengelernt? Ich denke, ich würde mich erinnern. Also, ich glaube, die Antwort ist nein. Das ist wunderschön. Ich bin sicher, dass ich dich schon gehört habe. Mein Name ist Pericles Baker. Das bedeutet dir nichts? Ich bin Angst, nicht, Sir. Aber es ist ein Freude, dich zu treffen. Hm. Das Freude ist mein. Nein, ich denke. Ich wünsche nur, dass ich mich nicht erinnern kann, wenn es das war, dass wir uns getroffen haben. Hm. Hm. Tell me about yourself, Mr. Baker. Was are you doing out here, in the middle of the night? Wir warten. Wir warten für jemanden. Und warum are you warten für diese Person? Because we need to leave this city. As soon as possible. Why do you want to leave this city? I'm not really sure. Die sind sehr seltsam. Can you tell me anything about this district? As you like asking questions so much, would you allow me to ask you one first? Please. Be my guest. Do you like this city? Ähm. Ja. Ja. I know we are not living in the most peaceful of times, but I have learned to appreciate London's complexity. Yes, me too. This city tests us. It invites us to find ourselves, to discover our true nature, scattered throughout its dark streets. But what if we don't like what we find? Do we ever know who we are? I wonder sometimes. Or maybe it is the journey to find out who we are that changes us. Okay. And what do you do, sir? For a living, that is. I stopped working when I decided to leave. When I realized what I wanted. Wanted something this city can't provide. Boah, ey. Das ist schräg ist das. But what were you doing before you took this decision? Does it really matter anymore? Considering the past seems so pointless to me. I have lived in this city all my life. And now I think it's over. Tell me more about why you want to leave London then. I just don't belong here anymore. I had to convince my brother to leave London because I know we need to find another life out of this city. Unterschiedliche Erklärung für ihre derzeitige Situation. Okay. Er auch. Okay. Pericles, tell me why your brother disagrees with your presence here. Agamemnon is naïve sometimes. Although don't consider him a fool, sir. He is often more lucid than me. At least you both have the same difficulty explaining what you're doing and for what reason. But is that not a common problem for all mortals? Hmm. What can you tell me about your brother? If you are searching for a pleasant chat, you should speak with him instead of wasting your time with me. He's always been the more gentle of us. That's it? That's all you can tell me about him? For the time being, true kindness is the most valuable quality, my good sir. Who are you waiting for? I'm sure he has a name. I really can't answer that question, since I don't know that person. And why is that? This person is mostly my brother's acquaintance. I don't even know his real name. Only that this man could help us leave this city once and for all. But why would you need this person's help to leave London anyway? Well, I thought we should have left this cursed place already. But my brother convinced me to stay a while longer. And here we are. I would have to say bye, Mr. Bacon. Huch. So, du nochmal. Hello again, Dr. Reed. Okay, wir haben nichts weiter. Da sitzen sie und lauern. Ach, Mann. So, dann gucken wir mal, was wir hier hinten noch haben. Hier hinten ist der Durchgang, den wir... Warte mal, den machen wir wenigstens auf, ne? Genau. Jetzt können wir nämlich... Jetzt können wir hier nämlich durch, weil die Tür geöffnet ist. So, Temple Church. Oh, okay. Jetzt nichts weiter. Sieht wie eine Eingangstür aus. Ich habe irgendwo was gehört, aber ich weiß nicht, ob das nur Hintergrund ist. Oh, oh. Oh, oh. Können wir da runter gehen? Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Wer ist das da? Das ist doch ein Kot hier, oder? Das ist doch ein Kot hier, oder? Mit den Stafeln. Sind hier unterschiedliche... 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7... 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ne, das sind nicht unterschiedliche. Hä? Oh, wer ist er denn? Und warum ist er hier unten? Und warum lässt die Kirche sowas zu? Ne, okay. Oh, neues Sammelobjekt. Vampire sind gefährlich tödlich, manchmal bösartig. Das ist eine Tatsache und ich werde sie nicht abstreiten. Doch, dies ist genau der Grund, weshalb wir begreifen müssen, was sie sind und manchmal wer sie sind, um so ein besseres gegenseitiges Verständnis zu erlangen. Erinnern Sie sich an das Gespräch mit Titus Flavius Josephus, das von einem der Unzirrigen 1548 geführt wurde, als er schlussendlich die Kreatur in Spanien traf. Erinnern Sie sich, wie die vorsichtig gewählten Worte dieses Vampirs unsere Herzen stets erwärnten, wenn wir sie lasen? Denn sie sind besondere Fenster zu einer Vergangenheit, von der wir sonst nur flüchtige Blicke aschen. Titus Flavius Josephus gibt es nicht mehr, seit ihn die Jäger des Vatikans vor wenigen Wochen vernichtet haben. Mit ihm verschwanden auch die freigelegten Schätze seines Wissens über die Säulen unserer Zivilisation. Dies ist ein Verbrechen, so herzzerreißend wie der Mord eines Unschuldigen durch ein Vampir. Darum ist der Weg, den die Wache vom Priffen eingeschlagen hat, so verwerflich, wie er wertlos ist. Wenn sie eine ihrer methodischen Jagden auf die alten Vampire Englands veranstalten, anstatt sich ihnen vorsichtig und respektvoll anzunähern, zerstören sie einen Teil unserer gemeinsamen Wurzeln mit den Unsterblichen. Sie ersticken eine Gelegenheit im Keim. Die Idee einer großen Jagd ist ein Verbrechen, weil sie Blindlingsworte und Gedanken tötet. Aus dem Brunnen des Wissens trinken von Usher Talltree. Wir haben nur noch 1, 2, 3, 4, 5 Sachen übrig. So, mein Freund. Ui, der kettet uns. Ah. Das war eine komische Brille. Die ist viel zu aktuell. Ja, sie erzählen mir alles. Sie erzählen mir, dass du hart, nicht zu viele Leben zu nehmen. Hm. Usher scheint zu wissen, dass kürzlich zahlreiche Londoner ermordet worden sind. Na gut, aber nicht durch uns. Ähm. Die Brille ist irgendwie zu modern für die Zeit, oder? Wie seht ihr das? Was kannst du mir über das Geburtstag erzählen? Ich weiß wirklich nicht. Ich gehe nicht oft raus. Und wenn ich das mache, ist es meistens eine ziemlich distante Destination. Also, du siehst nichts in den Starten für mich? Du bist ein peiner Fortun-Teller, dann? Oh, ich kann dir viele Dinge erzählen. Aber sie werden nur dich, nicht die Stadt. Zum Beispiel, ich weiß, dass du deinem Freund den finalen Rest, den sie gefragt hat. Woher das alles weiß? Ja, ich weiß. Er ist ein Vampir. Er ist ein Vampir. Okay. 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 Ja, hier. Was? Ja, wir fangen erst mal mit den Offensichtlichen an. Mhm. Okay. Okay. Das hatten wir schon gelesen in der Folgen. Okay. 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 Let's hear it. Okay. 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 Ah, jetzt ist es grau. Okay. 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 Ich würde sagen, wie sieht es denn eigentlich aus hier? Fünf. Okay. Okay. Wir machen hier ein Folgenpäuschen und sehen uns in der nächsten Folge. Da machen wir hier noch den, guck mal hier drüben ist noch ein Abschnitt, machen wir den Teil hier noch fertig und schauen uns das an. Wir brauchen noch Erfahrungspunkte, damit wir aufleveln können, weil wir sind noch zu schwach, damit wir irgendwann Doris Fletcher aufhalten können. Ich bin gespannt, ich hoffe ihr auch und wir sehen uns dann wieder. Bis dahin, euer Firefox.